Musik Musik Und zwar sind wir ja heute hier nicht nur zum Dipop-Straßenfest, sondern auch zur Gründung unseres Ländernetzwerks Music Women Thüringen. Es freut mich sehr, dass das Ländernetzwerk unter der Schirmherrschaft des Thüringer Kulturministers und Chef der Staatskanzlei Prof. Dr. Hoff steht. Musik Weil wir für Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Diversität in der Thüringer Musikbranche einstehen wollen, weil immer noch weniger als 20 Prozent der Musikschaffenden Frauen und nicht-binäre Personen sind. Musik 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 Vielen Dank.